Trümmerhunde, wie sie jetzt im Katastrophengebiet in der Türkei und in Syrien eingesetzt werden, beherrschen die Königsdisziplin für Rettungs- und Spürhunde. Die Ausbildung, hier Aufnahmen des Schweizerischen Vereins Red Dog, dauert mindestens zwei Jahre, wobei beide, Hund- und Hundeführer, nicht nur gute Nerven und eine gute Kondition brauchen, sondern vor allem enormes Vertrauen zueinander. Sie sind ein Team. Der Hundeführer muss sein Tier lesen können, wissen, ob sie sich auf der richtigen Fährte befinden und das unter den widrigsten Umständen. Zu Staub und Lärm kommen in einem solchen Katastropheneinsatz deutlich mehr mögliche Opfer als etwa bei einem Lawinenunglück und auch der tagelange Aufenthalt vor Ort. Zu groß sollte der Hund auch nicht sein, um sich einerseits auf dem instabilen Untergrund bewegen zu können, aber auch eventuell in Spalten zu kriechen, in die der Mensch nicht kommt. Der eigentliche Job für den Hund ist ein Spiel. Er soll Spaß haben am Suchen und noch viel mehr am Finden. Dazu verwendet er seine beeindruckende Nase. 40 Mal mehr Riechzellen als der Mensch, eine besondere Atemtechnik. Und die Verarbeitung dieser Informationen im Gehirn lassen den trainierten Spürhund, ein Sandkorn auf einem Beachvolleyballfeld wiederfinden. Oder eben Menschen tief unter den Trümmern eingestürzter Häuser. Doch dazu gehört für Hunde, die in Österreich offiziell in den Trümmer-Einsatz geschickt werden dürfen, die intensive Ausbildung mit einer zweitägigen, anspruchsvollen Prüfung am Ende. Nur wenige Tiere sind derzeit von der Katastrophentruppe des Bundesheeres anerkannt. Was auch daran liegt, dass nicht jeder Hundeführer sein geliebtes Tier diesen enormen Belastungen und Gefahren aussetzen möchte. Aber auch, dass Trümmerhunde glücklicherweise sehr selten zum Einsatz kommen. In Niederösterreich in den letzten 15 Jahren nur drei Mal. In der Türkei sind jetzt sechs Hundeführer mit ihren Hunden aus Österreich und einige hundert aus der ganzen Welt im Einsatz. Mut, Idealismus und Risikobereitschaft der meist freiwilligen Hundeführer inklusive.